Genau, schön die Klappe halten. So, Rainer mit dir. So. Wo ist Victoria? Das Tor öffnen. Och, komm. Wie wär's mit nein? Ich bin hier, um Victoria zu holen, in ihren kranken, miesen Säcke. Aber so nicht, nein. Wie, wie, wie bin ich jetzt aufgeflogen? Hat mein Hut nicht richtig gesessen oder... Keine Ahnung. Packt ihn nicht so grob an, Jungs. Hey, du willst was? Entschuldigung. Was? Ach, Quatsch. Oh, ich weiß, wer du bist, du Sport. Ach, Mann. Da muss man ja permanent mit Instinkt durchlaufen. Packt ihn nicht so grob an, Jungs. Hey, Dumpfbacke. Sheriff Skirky, lass grüchen. Es glaubt sie mich. Ich kenne meine Rechte. Ach ja. Tja. Hey, zurück mit Ihnen. Suchen Sie sich in meiner Lieferin zum Froschel. Sie sollt sich dann darstellen. Was? Hier drüben gibt's Rager. Ah. Mann, das darf doch nicht wahr sein. Das darf ehrlich nicht wahr sein. Packt ihn nicht so grob an, Jungs. Hey, Dumpfbacke. Sheriff Skirky, lass grüchen. Hey, drücken Sie mich. Ich kenne meine Rechte. So, Sheriff Skirky, hä? So. So, jetzt muss ich gucken, wie ich jetzt hier diese Scheiß-Tüche öffnen kann, ohne dass das jemand merkt. Tut mir leid, Sheriff. Es kann warten. Das will ich meinen. Nun, was ich hier. Ist ein Pensionär oder ein Spinner. Okay. Gut. Wo ist Victoria? Ja, ja, gut doch. Lass Ihnen unsere berühmte Gaben-Freundschaft schmecken. Nein, nein. Ich wollte das noch schön drücken. Ich habe mich noch viel gefühlt. Ich fände da rein. Lassen Sie mich hier raus. Hey, das hättest du dir früher überlegen sollen, Russland-Wixer. Hey, das wäre ein guter Kampfname. Oh, scheiße. Die Kette sieht nicht sehr stabil aus. So. So, keine Sau interessiert ist, dass ich hier bin. Gut. Wollen wir mal, dass es so bleibt. So, Victoria, wo zum Teufel bist du? Ich weiß noch, als ich so alt war wie du. Gott, ich habe keine Ahnung von irgendwas. Was ist der Scheiße? Scheiße. Oh, yeah, so ist es gut. Oh, 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 so schnell kann es gehen. Aber zur Sicherheit kriegst du noch einen kleinen Schocker. Hallo, Dexter. Ja, kein Problem, nur so ein Glatzkopf. Wem gesagt, ich bin ein Profi. Ja, er schläft wie ein Baby. Mann, ich war so nah dran. Verdammt. Verdammt noch mal. Shit. Ja, guten Morgen, Sonnenschein. Morgen, Mr. Dexter. Morgen, Sheriff. Wurde aber auch Zeit. Wo ist mein Junge? Hä? Wo ist mein Junge, du verfickter Bastard? Schalke? Du spielst dir den Harten, was? Na gut, du Arschloch. Siehst du das junge Ding da, das alle haben wollen? Scheiße. Gut, meine Forscher sagten mir, dass sie nur dadurch fit bleibt. Jetzt sieh sie dir an. Wie ein schwaches Kass. Dexter! Halt's Maul! Wow. Wow. Was ist das für ein beschissener Ort, ihr Kleid? Ich hab keine Ahnung. Gritiger Himmel. Es gehört Mrs. Cooper. Franker Wichser. Du hast meinen Sohn getötet, stimmt's? Hören Sie. Sagen Sie ihm besser, was er wissen will. Ich meine, Unfälle passieren hier doch immer wieder. Hey, Mr. Dexter. Kommen Sie. Sie können sich um Ihr Geschäft kümmern. Das hier kläre ich. Na los. Ich will meinen Jungen wieder haben. Habe ich Sie jemals enttäuscht? Nein. Also. Ja, das könnte ein bisschen schwieriger werden. Ja. Dann waren es nur noch zwei. Au. 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 Operation Sledgehammer. Operation Sledgehammer. Okay. Aus dem Gefängnis kommen. Befreien wir uns erstmal. Oh, Mann. Ganz schön zugesetzt haben sie ihm ja. Aber Mr. 47 ist hart im Nehmen. Keiner hier? Okay. So. Der ist so dumm und kommt jetzt auch noch hier runter. Verdammter Scheiß. Typisch. Einfach typisch. Ich kümmere mich darum. Du das mal. Und ich kümmere mich um dich, du Bastard. Ich war so nah an ihr dran. Verdammt. So, nicht, dass du auf dumme Gedanken kommst, ne? Okay. Ja, ja, mach ich. Das war der Tatschatz. Sah ziemlich glücklich aus. Hatte wahrscheinlich gerade seine Sitzung. So, jetzt haben wir wenigstens wieder volles Leben. Ihre Silberballers holen. Okay. Das ist nur ein Revolver. Ich will meine Silberballers haben. So. So, da hinten sind sie. Ich glaube, ich sehe sie auch schon. Oh, habt ihr mir sogar noch Munition hier hingelegt? Warum hat er die Waffe gezückt? Bist du dumm? Oh, oh. Oh, 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 oh. Ich glaube, jetzt kommt es zum großen Showdown. Oh, 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 oh. Ich glaube, wir gehen besser hinten die Leiter hoch, dann sind wir relativ unauffällig eigentlich. So. Wow. Halt, da ist ein Kontrollpunkt, den will ich noch aktivieren. So, und runter. Ich will aber lieber so eine Agenturuniform haben. So. Also, wir nehmen die Flasche und machen ein bisschen Rambazamba jetzt. Den wir uns jetzt hier hinten irgendwo hinstellen. Scheiße, das hat natürlich keiner gehört. Ist die Flasche noch heil? Shit. Irgendwas anderes muss ich doch finden. Okay. Unauffällig verhalten. Unterlegen. Ja, wir haben eine zweite Chance jetzt. Sieh dir das mal an. Bin unterwegs. Woher kam dieses Geräusch? Wehe, du drehst dich da hinten jetzt rum. Wehe, du drehst dich da hinten jetzt rum. So, komm. Komm, 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 komm. Komm. So, und rein damit hier. Oh Gott. Bleiben wir aber trotzdem mal. Klassisch gesehen. Dabei. Wo hab ich den Typen nur schon mal gesehen? Wie kannst du mich überhaupt erkennen, sag mal. Dann ist der Ausgang. Wow. Alles klar. So, der Ausgang war hier irgendwo, ne? Da. Oh, wow. Das sieht aber nicht sehr einladend aus. Okay, was jetzt? Ausgang. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Was zum Teufel ist hier los? Oh, hier brennt's. Hier scheint niemand zu sein. Geh, dann können wir jetzt hier eigentlich durchbrennen. Alter. Halt, den Hammer nehme ich mit, falls ich jemanden ablenken muss später. So. Alter, was ne krasse Scheiße. Durch das, durch die verringerte Sicht. Okay, alles klar, wo muss ich denn hin? Aber was ist mein Ziel? Victoria. Ich war so nah dran. Ich muss entkommen. Skirky finden und ihn dazu zwingen, mir Blake Dexters Aufenthaltsort zu verraten. Der Sheriff hat eben sein Todesurteil unterzeichnet. Okay.